Hey Leute, wir haben neue Schuhe für euch im Shop. Und zwar diesmal den Adidas Prater Liesel Songs in einer pinken Sonderfarbe. Die pinke DB Sonderfarbe steht dabei für eine spezielle David Beckham Edition. Das Farbdesign in weiß-pink ist als Sonderfarbe nur in einer ganz begrenzten Stückzahl zu bestellen. Von der Technik her vertraut auch die neue pinke Version der Schuhe auf die gleichen Eigenschaften wie die Schuhe in der Starting Color. So sind die 5 Zonen des Prater Liesel Songs angebracht. Zudem sind die Schuhe erneut mit der Sprint Frame Sohle zu versehen. Mi Coach ist mit dabei. Und das Farbdesign im weiß-pinken Design gehört es als Sonderfarbe nur in einer ganz kleinen, limitierten Auflage geben. Die Schuhe sind auch nur in einer kleinen Stückzahl bei uns im Shop erhältlich.